hallo liebe freunde und willkommen zurück zu sky factory 3 was machen wir denn heute ja 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 wer den top niel angekickt hat der wcmc nova der phase ist wir werden heute ganz freundlich kachin kachin uns die draconic rüstung fertig machen heißt natürlich wir werden auch die injektoren erst mal von hubern auf draconic upgraden müssen kommen wir nicht ganz drum rum ist leider so ja müssen wir machen weil ich glaube weil hier muss draconic sein das ist hier wie waren genau sonst war halt nicht die rüstung auf draconic gut gut was war jetzt als erstes machen also siehst du mal jetzt habe ich ja völlig vergessen die wartet vier diamanten zwei und einmal davon gut machen wir einmal diesen machen wir einmal diesen machen wir einmal danach so dann haben wir einmal davon einmal davon wir haben zwei mal 18 das ist eigentlich auch quatsch was ich hier erzählen ach nee quatsch doch müssen wir so machen haben wir noch fast ich habe übrigens zwei abgebaut sieben habe ich ja noch da oben drin ihr habt in der engen kiste alles ist das problem kommen ja da oben rein so dann machen wir einmal den und wir machen einmal den so dann haben wir das das und das und das sollte theoretisch sollte das alles jetzt so klappen wie ich mir das vorstelle und falls ja auch gott tatsächlich hoch und das geht ja so schnell also wenn der genauso schnell kraftet wie er hier chart startet ist ja dann äh warum geht das eigentlich so schnell naja ich will mich ja nicht beschweren finde ich ja soweit ganz gut und jetzt spielen wir an den meiner machen übrigens ich habe nebenbei der ender drachen ist mittlerweile nicht mehr so leggy der rennt ganz schön ja der fliegt ganz schön normal rum also so wie das sein soll alle chicky alles super hab den halt ein paar mal geklatscht ich hab keine ahnung wie viel ich hab noch ein bisschen seelensand durchgehämmert weil ich noch ein paar gas tränen brauchte und ja kommt mir halt noch ein paar enderkristalle herstellen ihr seht hier ja war mittlerweile zehn stacks an seelensand läuft also so wieder ein bisschen hier keine ahnung fps hier in flöten warum auch immer ich hoffe es hält noch wenigstens bis zum ende durch wäre nicht schlecht fände ich super wenn das so wäre naja gut werden wir dann sehen ich werde übrigens auf die rüstung war jetzt normal hier ich werde hier diesen diesen rf kapazität ihr wisst schon für mehr rf das upgrade weg überall rind kloppen alle vier sachen genauso werde ich hier den schild kapazität schild und schild kapazität und die schild schild kapazität und die schild ach so wie er sich wieder regeneriert oder so was müsste das sein und bei den füßen werde ich denn so ja noch äh ja bewegungen kloppen gut ich mache hier erstmal soweit fertig und würde sagen sehen wir uns gleich wieder so liebe freunde da sind wir wieder und was heißt das jetzt hier wunderbar alle neune fertig na das läuft doch bei uns da soll mal einer sagen wir kriegen ja nicht auf der reihe gut wer das behauptet hat vielleicht so ja recht aber ihr seht ihr seht ihr seht auch ein andere kommt mal einen kleinen schritt voran so guckt mal einer an also kabel hatte ich hier vorhin auch schon vorbereitet äh das waren hier einmal vier hier hatte ich gesagt mache ich hier fünfe ran einfach weil es schön aussieht warum habe ich jetzt so einen quatsch gemacht 1 2 3 4 warum habe ich denn sowas jetzt gemacht was für ein blödsinn oh weia oh weia naja gut egal lassen wir es so sehen so schick hier wunderbar jetzt hoffe ich mal dass ich jetzt hier alles richtig gemacht habe und nicht dass die weiter auseinander müssen ich meine die können natürlich ewig auseinander stehen das spielt schon fast keine Rolle mehr äh wie war denn das mit dem upgrade ich brauche zwei einzelne ich brauche einmal davon einmal davon das ist gar kein problem bei uns kriegen wir alles hin äh einmal so einmal so ok dann machen wir nämlich einmal dahin einmal dahin äh einmal dahin einmal halt passt doch so nehmen wir mal die rüstung raus und dann gucken wir mal ach ich glaube ich hab da viel zu wenig von gemacht wa naja wisst ihr was wir machen erstmal eins wir machen erstmal was machen wir denn als erstes wir nehmen mal die rf kapazität so haben wir vier drinnen dann werden wir jetzt einmal mit dem hütchen anfangen das klappt schon mal nicht verdammt ich bin doch oft hier etwa konig oder was halten jetzt wieder falsch gemacht was halten jetzt wieder falsch gemacht was halten jetzt wieder falsch gemacht rf kapazität wir versuchen mal das upgrade für die schuhe rin zu kloppen man was habe ich denn jetzt wie war ein tier draconic ich bin doch auf draconic das sind draconic fusion ach man oh was ist denn jetzt das problem da muss ich vielleicht doch hier vielleicht das mal so ein bisschen verteilen oder irgendwas hier keine ahnung warte mal die sind ja hier auf dem bildchen sind die auf derselben seite so auf derselben seite ach leck mich doch warum denn das ist tier draconic strom haben wir hier noch was ist denn jetzt das problem hier oh was ist jetzt dein problem warum das darf doch nicht hab ich das büschlein hier nee wo habe ich das ja das ist doch nicht zu fassen hier was haben wir denn da wir haben jetzt hier das da wir haben hütchen wir haben chestplate wir haben hüschchen wir haben das wir haben das äh äh ja ja boah boah das ne alt büschlein hier drinnen ja war ja da haben wir das noch gibt das denn hier irgendwas was ich eventuell vielleicht übersehen habe ah draconic tools draconic armor so die wollen wir haben so draconic helm night vision bla 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 brauchen wir alles nicht hier ja ist alles gut wir haben awakened draconium wir haben core wir haben den energy core awakened core und den energy core oder tier draconic kann doch nicht wahr sein wir haben hier den energy core und wir haben jetzt hier den awakened core ups warum denn das jetzt warte mal wenn ich einfach mal sage wir bauen den mal ganz kurz ab und setzen den wieder neu hin so äh da manno von river boots oder auch von rümern ja das ist doch schon wieder hier von river boots auf draconic boots also was zum teufel ist jetzt das problem ey ich weiß es nicht es ist doch zum heulen ist zum mäusemelken jetzt habe ich gedacht kann ich hier richtig schön immer durchziehen hier und kann mich auf den blöden chaos drachen so langsam mal in die richtung vorbereiten und denn sowas mhm ja toll super freu mich nicht was mach ich nur oh alter sieben fps hier ich drehe am rad aber auch nur auf einer bestimmten höhe aber die frage ist warum hier arbeitet nicht hier auch nicht weil das ding ist einfach mal nö voll ist das nicht warum eigentlich nicht das weil der teil die leer gesaugt haben nö da haben wir 275 millionen erf drin nicht das problem auf einmal macht mir die chest hier aua warum krieg jetzt noch mal die chest nicht abgebaut was ist jetzt noch mal das problem gut dann werden wir noch mal gucken wir werden mal kurz auf wir mal eins stellen ah gut keine veränderung mir auch recht äh ich bin schon wieder verwirrt und sprachlos und ratlos ich habe übrigens mal jetzt so gemacht dass ich hier aus dem system noch die steine alle rauspumpe wie blöde ihr seht hier was hier rinnen hämmert und habe hier volle upgrades drin weil ich habe ja unten drunter die windmühlen äh die wassermühlen alter noch nicht fertig warum will das jetzt nicht was ist dein problem verdammte axt hier ist auch nix willst du mir erzählen dass der reaktor hier diese mini ding dass der so einen stress macht oh naja ja zumindest ist kein strom mehr also er produziert noch mit sicherheit ganz freundlich aber äh er kommt nicht hinterher gut ist ja auch nur ein klitzekleiner reaktor ähm ja die produzieren auf alle fälle strom der reaktor ist also für den arsch hier gibt strom richtig schön raus für die einzelnen maschinchen jetzt mal ohne witz war ich weiß nicht warum 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 was ist dein problem ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich weiß es nicht gut der ackert jetzt hier auch noch ein bisschen rum hier was sagen wir unser erz hier hattet hier irgendwie vielleicht irgendwas 133 diamanten ich könnte schon mal eins machen ich könnte schon mal was vorbereiten und zwar einen material absorber ok das ist ja liquid material absorber ja gut brauchen wir noch hier den maschinen frame das ist kein problem dann werden wir schon mal zwei stacks hier mit dia rin kloppen und den schon mal weiter vorbereiten für äh naja ihr wisst schon rf tools denn solange wiegt diese bekloppten wie sagt man hier diese 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 naja die dimlets halt brauche also das wollte ich nicht sagen lange ich wieder so haufen diamanten brauche wollte ich sagen brauche ich doch die anderen maschinchen sobald die maschinchen oder die genug hier diamanten habe sprich der reaktor voll ist kann ich wenigstens so es wie maschinchen abschalten wie hier diese sieb und äh hämmer teil wobei ich auch nicht lobe dass das irgendwie dann schuld daran ist dass das so scheiße läuft hier auf ehemal das war doch aber heute morgen noch nicht so naja es wird halt so können wir grad nicht ich habe übrigens ja zwischendurch ein paar dimlets noch mal aus dem system gezogen guck mal was haben fallen lassen einer das ist ja keine große ausbeute so halt das war falsch da wollte ich hin haben wir schon mal einmal strömchen und einmal den da gut naja was doch immer sein problem ist toll echt toll ich glaube aber ich werde warte mal was waren noch offen ach blood magic war noch offen für blood magic werde ich definitiv auch die insel hier verlassen und werde woanders mich weiter begeben äh hinbegeben natürlich wird denn hier auch mit einer mit dem netzwerk arbeiten ne ist ja klar ja schön so läuft einwand frei wunderbar funktioniert doch gut ok ok also du erkommst hier injektoren hatte ich gemacht äh rüstung kannst du klicken ich weiß immer nicht warum wobei mir gerade ein dick vielleicht sollte ich äh das doch nochmal mit den innen probieren hab ich die noch bei? hab ich noch aber das dürfte eigentlich nicht klappen hab ich noch ein paar stromkabel hier äh energieleitung energie energie wir probieren einfach mal irgendwas muss da liegen ich kann ja die dinger kann ich ja platzieren wie ich Bock hab spielt ja soweit keine Rolle äh äh bauen wir auch gleich wieder ab ja halt das ach das ist hier im argen heute morgen nicht so schlimm äh alter braucht das lange hier ist ja widerlich so ich brauche aber auch gar nicht so Fülle was machen wir denn hier so haben wir hier eins zwei und drei das reicht dann nehmen wir nochmal kurz die andere Richtung raus wir können uns ja hier richtig breit machen Platz haben wir ja ohne Ende also stelle ich mir hier die Frage was ist dein Problem sieht kacke aus aber was sollt warte mal dann machen wir ein bisschen einen hier hin und den machen wir einfach mal ab so den machen wir jetzt hier ab hier bauen wir eh gleich wieder ab wir versuchen einfach mal mit dich zu machen vielleicht springt das ja was wobei bei meinem Glück bezweifle ich das gerade ganz fürchterlich hm hm es ärgert mich es ärgert mich es ärgert mich gut probieren wir es nochmal wir nehmen mal den hier wir brauchen dann zwei davon nee ich glaube ich bin einfach nur blöd kann das sein ich glaube ich bin einfach nur blöd ich habe ein Upgrade mit drin gepackt das Upgrade war doch völlig falsch das brauche ich doch noch gar nicht pass auf wenn ich jetzt hier die Hosen drin schmeiße oder die Schuhe ich leck mich doch am Arsch ich habe die Upgrades mit drin gekloppt das war völlig unnötig ich musste erstmal die Hosen und ach mja natürlich und ich schiebe hier schon wieder Panik für völlig umsonst super typisch ich verpeilt bis zum geht nicht mehr so das machen wir jetzt hier noch raus das machen wir auch raus das machen wir auch raus Himmelgesäß und Negern oblich und warum leckst du so so zack so Schüschen raus machen wir weiter mit Höschen Höschen ist gut ok er lädt schon mal nicht auf ist aber nicht weiter wild kommen wir ja unten reinschmeißen oh ja Strom haben wir ja Start haben wir vergessen auch nicht schlecht na gut dann ist ja zumindest das schaffe ich noch in der Folge warte mal wir hatten vorhin drei dreieinhalb Minuten in der ersten ersten Teil aufgenommen jetzt sind wir schon bei 15 noch was na ist das schon mal nicht schlecht Krim war zumindest die Draconic Rüstung fertig jippie jay ok ein Highlight und warum hab ich noch mal vergessen wieder auf Start zu drücken unglaublich naja gut äh was brauchen wir denn hierfür ach die Schande Goldäppel Diamant Enderaugen oh la la naja das werde ich aber trotzdem äh nicht zwischen den Folgen doch klar das werde ich zwischen den Folgen machen denn das brauchen wir tatsächlich naja müssen wir jetzt hier nicht machen das können wir nicht das mache ich wohl auch zwischen den Folgen haue ich die ganzen Upgrades hier alle rein muss ich ja hier eigentlich machen dauert ja auch wieder so ein bisschen die Sache mit dem schneller laufen das ist schon nicht so verkehrt das wird schon nie so na sehr schön ja komm her hier und zack einmal aufgeladen ach ist das schön so rups dann machen wir die hier rein das hier auch noch rein das hier auch noch rein mhm das ist denn hier Richtung Sonne ja sehr schön oh und fliegen können wir auch damit na ist ja schon mal prima na wunderbar Freunde ich würde sagen sehen wir uns morgen wieder bis dahin und tschüss das ist Vielen Dank.